Musik Moins und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Flughafenfeuerwehr, die Simulation. Wir sind hier wieder mal auf Gepäckbändern und müssen eine kleine Jump'n'Run Passage absolvieren. Also wir löschen wieder das Feuer, wir nehmen Anlauf, wir hüpfen, wir löschen das Feuer. Löschen, 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 löschen. Und was? Das war doch schon so gut wie gelöscht an der Stelle. So, Moment. Ja, das muss ich echt mit Anlauf machen, ne? Mit richtigem Anlauf. Nicht so mit so halbgaren Anlauf, sondern mit richtigem Anlauf. Tatsache. Das ist das ganze Geheimnis gewesen. Okay. So, da geht's weiter. Jetzt aber mal ganz ehrlich. Jetzt mal ehrlich jetzt. Also ich kenne keinen Flughafen ohne Witz, der so aufgebaut ist wie das hier. Also sieht's in Flughäfen wirklich so Fabrikhallen mäßig aus, wo Gepäckbänder à la Polarexpress überall durch die Wände gehen. In die sinnlosesten Ecken. Na ja, gut. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, das sieht für mich hier ehrlich gesagt eher so aus, als wenn derjenige, der das hier gebaut hat, noch nie einen Flughafen von innen gesehen hat. Ich kann's leider nur so sagen, weil, ich weiß nicht. Wie gesagt, vielleicht in Super Mario Brothers, aber nicht hier. Nicht hier in so einer Simulation. Tut mir leid. Das kauf ich einfach nicht. Das kauf ich einfach nicht ab. So. Das ist doch hier der richtige Weg, oder? Hallo, warum geht denn das Feuer nicht aus? Ja, das Feuer geht nicht aus. Was können wir denn da machen? Was müssen wir denn da machen? Moment, dann gehen wir mal raus. Ähm, vielleicht gibt's hier noch irgendwo ein Gepäckband, auf das ich springen muss. Moment. Wir haben ja Zeit. Es brennt ja nur um uns rum. Der Raum füllt sich mit Rauch. Ach ne, tut er ja gar nicht. Äh, der Raum füllt sich mit Rauch. Und... Aber das muss doch der richtige Weg sein. Die erwarten jetzt nicht von mir, dass ich da drüben rauf springe, oder? Oder, dass ich mich jetzt von hier aus zu Boden fallen lasse. Das glaub ich mal nicht. Das muss doch hier weiter gehen. Gibt's hier oben irgendwas? Oder muss ich durchs Feuer gehen? Ah ne, jetzt löscht's. Hä? Kann mir das mal einer erklären? Ich halte eine halbe Stunde mit dem Feuerlöscher da rein und nichts passiert. Naja, egal. Egal. Okay. Hier kann ich offensichtlich nicht weiter gehen. Ich muss durch die Tür gehen. Dann löschen wir mal den Spind, damit er uns nichts Böses tut. Ja, und wir sind in einem weiteren Gang. Und wir machen die Tür auf. Und... Mike? Hörst du mich? Ich hab den Aufgang erreicht. Alles klar, John. Jetzt noch da hoch. Und du bist bereits auf der oberen Ebene, wo Chris und Alex dir entgegenkommen. Mike? Das sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als würde ich es hier nach oben schaffen. Das Treppenhaus ist völlig zerstört. Gibt es keinen anderen Weg? Mike? Oh Mann! Kann hier nicht irgendwas einfach mal funktionieren? Ganz ruhig, man. Okay, hör zu. Ich versuche eine Alternative zu finden. Warte kurz. Als hätte ich eine Wahl. Er regt sich auf. John, hier sind wir wieder. Hörst du mich? Das ist auch so geil. Ja, ich bin noch hier, Mike. Auch wenn du das jetzt nicht gerne hören wirst, aber es gibt keinen anderen Weg. Du musst irgendwie durch das Treppenhaus nach oben geleiten. Wie soll ich das denn anstellen? Das Treppenhaus ist völlig zerstört. Ich weiß es leider auch nicht. Versuche einfach, dich vorsichtig nach oben vorzuarbeiten. Ich werde es versuchen. Aber hier geht es extrem tief nach unten. Ich weiß, dass du das schaffst, John. Na dann mal los. Wie soll ich das schaffen? Mit meinem unglaublichen Charme werde ich das schon irgendwie überleben. Kann ich den Feuerlöscher nicht irgendwie hier am Wasserspender nachfüllen? Weil der wird langsam alle. Weil ich da hinten eine halbe Stunde reingehalten habe in die Flammen und nichts passiert ist. Mann. Okay. Ich sag ja, jetzt kommt die Super Mario Einlage hier. Naja, das kriegen wir schon hin. Ich hab ja so tolle Jump'n'Runs gespielt in meinem Leben. Was? Ja, Mann. Diese unsichtbaren Geisterflammen immer hier. Das ist doch lächerlich. Mann. Geht's da wirklich so schnell runter? Ach, na ja. Das kann man doch überleben bestimmt aus der Höhe, oder? Ah ja, okay. Hier wird's spannend. Hier wird's endgültig interessant. Hin fort, ihr Flammen. Ah, das ist ein Feuerlöscher. Sehr gut. Alles klar. Wunderbar. Ach so, muss ich das jetzt hier wegräumen? Ah ne, ich muss hüpfen. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Ja, Jump'n'Run. Hüpfen und springen und laufen. Hüpfen. So. Na? Ich steh irgendwie wieder nicht richtig, damit das Feuer ausgeht jetzt. Alles klar. Und jetzt vielleicht noch das da drüben, bevor ich da rüberspringe. Aus, Feuer. Flamme aus. Flamme aus. Ja. Oh Gott. Kann sich nur noch um Stunden handeln, wenn ich mir das so angucke da oben. Okay. Was ist jetzt hier wieder? Irgendwas liegt wieder am Weg. Ah ja, springen. So. Haha. Vorsichtig. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Das löschen wir mal ganz schnell. So. Und dann Anlauf und hüpfen. So. Und löschen, 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 So, jetzt bin ich oben, ne? Okay, hat gar nicht so lange gedauert, wie ich gedacht hab. Alles gut. Oh, ein finsterer Gang. Und ein Ladebildschirm. Seiltanz! Nichts leichter als das. Ah ja. Super, Alex und Chris kommen dir dann von der anderen Seite der Halle entgegen. Wie sieht es bei dir aus? Hier sieht's aus wie in der Hölle. Alles unter mir steht in Flammen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor hier alles zusammenbricht. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Sieh zu, dass du auf die andere Seite kommst. Wenn ich das überstehe, fange ich als Seiltänzer im Zirkus an. Ich weiß, dass du das schaffst, John. Na dann mal los. Na dann mal los. Und rein zufällig liegt hier direkt vor meiner Nase ein Mädel-Kid. Dann nehmen wir das doch gleich mal. Attention! Was? Hinter mir hat jemand die Tür zugemacht. Ich komm bestimmt nicht mehr zurück, oder? Doch. Was ist denn da hinten eigentlich? Okay, ja. Man kommt nicht mehr. Ja, natürlich kommt man nicht mehr zurück. Natürlich nicht. Ähm, so. Dann wollen wir mal wieder das tun, was ein Feuerwehrmann so tut. Löschen und über brennende Kisten hüpfen. Ähm, so. Löschen, 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 lös Kann ich überhaupt? Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, wenn die Kiste durch die durch die Balustrade durchfallen kann, kann ich eigentlich auch durch die Balustrade durchfallen. Aber ne, die Balustrade hält mich tatsächlich davon ab, runterzufallen. Das ist sehr schön. Dass die Balustrade das tut, was sie tun soll. Was ist eigentlich, wenn mir jetzt der Feuerlöscher ausgeht? Hallo? Feuer? Ausgehen? Danke. Was ist das denn hier drüben? Es wäre jetzt mal wieder nice, einen Reservefeuerlöscher zu kriegen. Weil die einzige Bedrohung, die überhaupt von dem Feuer so wirklich ausgeht, ist die... Eigentlich geht von dem Feuer überhaupt keine Bedrohung aus. Das Feuer ist einfach nur im Weg. Die einzige Bedrohung ist mein Feuerlöscher, der leer gehen kann und ich keinen Ersatz dafür finde. Das ist eigentlich die einzige Bedrohung gerade. Das Feuer ist eigentlich so ziemlich gechillt. Das breitet sich ja auch nicht aus oder so. Das ist halt einfach nur da. So, hier muss ich hier hoch? Muss ich hier hoch oder muss ich da lang? Ich weiß doch gar nicht mal, wo ich hin muss, verdammt. Jetzt mal ehrlich, also in welchem Flughafen gibt's denn so eine Einrichtung? Keine Ahnung, wo... Wozu? Welcher Sinn... Welchen Sinn hat das hier? Was ist es? Also ist es jetzt eine Fabrik oder ein Flughafen? Oder was ist es jetzt? Also... Ja, ich mein, guck mal, was das hier für ein riesiges Gebäude ist. Ich versteh's nicht. Okay, ja gut, da sind Gepäckbänder, aber... Ich weiß nicht. Irgendwie kaufe ich das nicht, dass ich hier in einem Flughafen bin. Ich glaub's irgendwie grad nicht. Das ist irgendwie so eine... So eine Paralleldimension gerade, glaub ich, wo... Fabriken... Wo wir in einer Fabrik sind, die umgebaut wurde zum Flughafen. Sowas wird's sein. Oh, schon wieder Feuer hier. Ja, toll, jetzt ist mein Feuerlöscher aus. Was soll ich denn jetzt machen? Geil. Geil. So, Moment. Wie viel Feuer ist denn da noch auf dem Weg? Ja, dann bleib... Ja. Ein Satz fehlgeschlagen. Ganz toll. Ganz tolle Wurst. Jetzt muss ich den ganzen Dialog normal anhören, oder was? Und steh wieder wie angefroren an derselben Stelle. Ich wusste es doch. John, hast du es durch das Treppen ausgeschafft? Ja, ich bin oben angekommen, Mike. Super. Alex und Chris kommen dir dann von der anderen Seite in der Halle. Wie sieht es bei dir aus? Hier sieht es aus wie in der Hölle. Alles unterwischt in den Flammen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor hier alles zusammenbricht. Dann lassen wir uns keine Zeit verlieren. Sieh zu, dass du auf die andere Seite kommst. Wenn ich das überstehe, fange ich als Seiltänzer im Zirkus an. Ich weiß, dass du das schaffst, John. Na, dann mal los. Ach, da ist ein Feuerlöscher. Okay, hätte ich mir am Anfang mal ein bisschen besser umgucken müssen. Alles klar, alles klar, alles klärchen. So. Ich bin schuld. Ich war schuld. Das tut mir natürlich leid. So. Also. Den Weg kennen wir ja an sich. Ich renne jetzt einfach hier durch. So. Flamme aus. Boing. Boing, 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 boing. Hehehehe. Ja. Äh, äh. 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 Äh, äh. So. Äh. Da hoch. Oder? Ne. Sackgasse. Eine von vielen sinnvollen Sackgassen in diesem Abschnitt. Äh, äh, hier nicht. Da lang. Ah. Was für ein Schreck in der Abendstunde. Ganz unerwartet sind, ist eine Flammenwand vor mir. Da halte ich doch mal mit meinem Feuerlöcher, Spritzer, Gas, Gasdruckbehälter ein. Achtung, Behälter steht unter Druck. Das könnte man auch sagen, äh, zu dem Spieler. Achtung, Spieler steht unter Druck. Ja, geil, wie die Kiste einfach durch die, durch das Geländer durchglitscht. So much for physics. Okay. Oh, das sind wieder die lauten Tonnen. Ja, roll am besten weg, genau. Dann bleibt mein Trommelfell wenigstens erhalten. So. Okay, springen, 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 springen. Jetzt haben wir es so weit geschafft. Hui. So, da hüpfe ich jetzt auch einfach drüber. Oh, 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 oh. Das war fast in die Hose gegangen. Okay. Jetzt hüpfe ich auch wieder hier. Absala. Oh. Nicht in die Flammen reinrennen. Ah, es sind aber auch so kleine Flammen, die so halb gelöscht sind. Die dann so unsichtbar werden. Aber trotzdem irgendwie immer noch da sind. Habe ich jetzt das Ende der Halle erreicht? Ein Feuerlöscher. Ja. Hä? Moment. Ah, da geht's weiter. Okay. Hopps. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Genau. Da, wo es brennt, geht's lang. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Wieso eigentlich Seiltanz? Wieso muss ich... Wieso... Na, egal. Ich frage lieber gar nicht erst. So. Das ist jetzt hier eine fiese Falle. wenn ich nämlich hier springe, stoße ich mir den Kopf, ne, und dann falle ich runter ah ne, doch nicht, okay, ich kann durch den Türrahmen durchspringen, okay ich stelle es nicht in Frage, mein Psychologielehrer, ja, im Fach Psychologie hat früher mal gesagt, es gibt Dinge die stellen wir nicht in Frage die akzeptieren wir einfach so wie sie sind und wir akzeptieren zum Beispiel, dass die Folge an der Stelle zu Ende ist bis zur nächsten Folge, Flughafen, Feuerwehr die Simulation, bis dann, ciao, ciao